Der Abend war nicht ganz verkehrt. Wir sind natürlich alle glücklich. Ich glaube, es ist für uns alle ein toller Abend. Es ist, glaube ich, auch etwas Tolles für unseren Verein. Es ist das erste Mal, dass wir in der Champions League weitergekommen sind. Das war unser Ziel. Dass es dann als Gruppensieger klappt hat, umso schöner. Und ich glaube, das dürfen wir heute Abend auch mal ein bisschen genießen. Genau, ich denke, das ist ein besonderer Tag. Wolfsburg feiert auf unserer Mannschaft, nicht nur ich. Ich denke, das war eine tolle Leistung für die Mannschaft. Aber trotzdem, dass wir versuchen, nach vorne zu spielen. Und ja, ich denke, das erste Mal im Achtes Finale, das tut sehr gut. Ich bin stolz auf mich, auf die Mannschaft und die ganzen Fans, dass ich heute war. Und die Stimmung war überragend. Und ja, diese Nacht können wir nie vergessen. Ja, sehr gut. Auch völlig verdient, wenn man das Spiel gesehen hat. Dann hat man gesehen, wir waren, glaube ich, von Beginn an spielbestimmend. Und dann kriegen wir leider das 1-0 durch den guten Spielzug von ManU. Aber wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir haben 90 Minuten einfach stark gespielt. Das hat uns vielleicht vor der Gruppenfassung nicht alle zugetraut, dass wir Gruppensieger werden können. Und wir haben es dann allen gezeigt.